Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video erfährst du alles, was du vor der Reise nach Belize wissen musst. Ich zeige dir die Must-Scenes-Orte in Belize, die du unbedingt abchecken musst. Und ich zeige dir, wie viel 12 Tage Backpacking durch Belize kosten. Also, bleib dran! Vorab möchte ich noch erwähnen, dass ich ziemlich einfach und günstig reise. Das heisst, ich gehe nicht in teure Hotels, ich gehe nicht teuer essen in der Regel, ich fliege nichts. Ich reise meistens per Bus oder per Anhalter. Es ist aber auch nicht so, dass ich mich jetzt nur von Toastbrot ernähre. Also, ich gönne mir schon auch was. In der Regel esse ich auswärts, ich gehe Streetfood essen oder ich gehe in einfache Restaurants. Und ich gehe auch nicht jede Sehenswürdigkeit abchecken, das vorab mal zu meinem Reisestil. Bevor ich dir jetzt aber meine Tipps zu Belize gebe, hier noch ein paar Fakten über ein ganz, ganz interessantes Land. Belize liegt in der Karibik und grenzt an Mexiko und Guatemala. Für die, die nicht wissen, wo Belize überhaupt liegt. Die Hauptstadt von Belize ist Belmopan mit sagenhaften 15.000 Einwohnern. Also, eine ziemlich, ziemlich kleine Stadt. Und das hat auch einen Grund. Und zwar, Belize City war früher die Hauptstadt von Belize. Und das 1970 hat sich das geändert, weil Belize City 1961 von einem Hurricane fast vollkommen zerstört worden ist. Es gab Überschwemmungen und ja, die Stadt musste ganz wieder neu errichtet werden. Und deshalb hat man entschieden, die Hauptstadt ins Landesinnere zu transferieren, damit die Hauptstadt von solchen Umweltkatastrophen besser geschützt ist. In Belize wird hauptsächlich Englisch gesprochen, aber auch Krio, die einheimischen Sprache und Spanisch. Die Hauptsprache ist aber Englisch. Also, wenn man Englisch kann, hat man überhaupt keine Probleme, in Belize zu reisen. Die Landeswährung ist Belize-Dollar. US-Dollar wird aber auch im ganzen Land akzeptiert, auch in kleinen Ständen oder im Bus. Und ein US-Dollar entsprechen zwei Belize-Dollar. Belize war eine britische Kolonie und wurde erst 1981, am 21. September, von Großbritannien unabhängig. Das Staatsoberhaupt ist aber weiterhin Queen Elizabeth. Und der Generalgouverneur, also ihr Vertreter in Belize, heisst Carville Young. Belize hat mir sehr, sehr gut gefahren. Es gibt jedoch etwas, das mich sehr gestört hat, aber das verrate ich dir später in diesem Video. Also, fangen wir an. Angereist bin ich über den Landweg von Chetumal in Mexiko. Die Einreise nach Belize war sehr, sehr unkompliziert. Und daraus resultierte ein Stempel mit 30 Tagen Belize. Ja, nach diesen ca. 3,5 Stunden Busfahrt und einer gewonnenen Stunde wegen der Zeitverschiebung kam ich dann also in Belize City an. Belize City habe ich mir selber nicht angeschaut. Vor Belize liegt das zweitgrößte Riff der Welt. Und Belize, die Hälfte davon, ist mit Dschungel bedeckt. Also klar, dass ich mich da nicht groß für die Großstädte interessiert habe. Weiter ging es dann direkt mit dem Boot nach Key Corker. Das hat mich 30 Belize Dollar gekostet, hin und zurück. Key Corker ist eine wunderschöne Insel ohne Autos und es ist ein phänomenaler Ausgangspunkt für Tauchgänge und Schnorchelausflüge. Das Motto in Key Corker oder in Belize allgemein lautet Go Slow. Darauf wird man auch immer wieder hingewiesen. An jeder Straßenecke stehen Schilder mit dem Slogan Go Slow. Und ich habe sogar gesehen, dass jemand von einem Einheimischen angesprochen wurde, weil er zu schnell gelaufen ist. Ey, go slow, buddy! Allgemein sind die Leute extrem liebevoll und relaxed drauf. Sie sprechen dich an, sie reden mit dir, sie helfen dir, wo es auch geht. Also wirklich, die Leute in Belize sind wirklich super, super nice drauf. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat in Key Corker ist, dass die Strassen alle naturbelastend sind. Es ist also nichts Asphaltiertes. Und die einzigen Vorbewegungsmittel sind Golfwagen und Fahrräder. Unter dem Motto, you better believe it, kann man in Key Corker einfach mal die Seele baumeln lassen. Abgesehen davon kann man in Key Corker wirklich nicht viel anderes machen als relaxen. Aber dafür hat das Wasser es definitiv in sich. Vor allem das Great Blue Hole, einer der bekanntesten Taucherorte der ganzen Welt. Mit einem Durchmesser von über 300 Metern und einer Tiefe von 125 Metern sollte das Great Blue Hole auf der Bucketliste von jedem Taucher stehen. Das Blue Hole ist ein Höhlensystem, welches nach der letzten Eiszeit geflutet worden ist. Und man kann auf ca. 40 Metern Tiefe Stalaktiten und Stalagmiten beobachten. Gebucht habe ich den Tauchgang auf Key Corker für 500 Belize-Dollar, inklusive Mittagessen, Transport, Ausrüstung und zwei weitere Tauchgänge in wunderschönen Riffs. Obwohl dies sehr, sehr teuer ist, zahlt man in der Nachbarsinsel, in der Nachbarsinsel, St. Petro, ungefähr 200 Belize-Dollar mehr. Also es lohnt sich, in Key Corker diesen Ausflug zu buchen. Allgemein rate ich euch lieber nach Key Corker, anstatt nach St. Petro zu gehen. Der Vibe ist einfach cooler, die Strassen sind nicht ausfahrtiert und es ist alles viel, viel teurer in St. Petro als in Key Corker. Das Blue Hole war eine einzigartige und einmalige Erfahrung, welches man nicht verpassen sollte. Allerdings sollte man sich nicht nur auf das Blue Hole beschränken. Wem das Blue Hole zu teuer ist, empfehle ich die Tacklebox und Esmeralda. Diese zwei Orte sind wirklich wunderschöne Taucherorte. Wer nicht taucht, kann natürlich das Unterwasserspektakel auch beim Schnorcheln miterleben. Ich persönlich war nicht schnorcheln, aber viele Leute haben mir erzählt, dass das Shark Ray Alley ein wunderschönes Erlebnis war. Nach Key Corker ging es dann weiter nach San Ignacio, nahe der guatemalischen Grenze. Dort befinden sich die Actun Tunicil Mugdan, oder so. Oder, damit es die Touristen auch aussprechen können, die ATM Caves. Diese Höhlen kann man nur mit Guides besuchen. Die Tour inklusive Guide, Eintritt, Transport und Mittagessen hat uns 170 Belize Dollar gekostet. Aber ich muss sagen, dieser Preis ist es definitiv wert. Die ATM Caves werden aus einer der besten Höhlen der Welt gerankt. Man kann schwimmen, man kann klettern, man kann Stalactiten und Stalagmiten beobachten und es hat immer noch alte Überbleibsel von den Mayas, weil diese dort Rituale zelebrierten, um Leute zu opfern. Deshalb sind die Caves nicht nur wegen der wunderschönen Natur lohnenswert, sondern auch wegen der Maya-Geschichte. Ein kleiner Funfact, welcher eigentlich eher traurig ist, als lustig ist, dass man keinerlei Gegenstände mitnehmen darf. Der Grund dafür ist, dass vor ein paar Jahren jemand seine Kamera genau über einen Totenkopf fallen gelassen hat und diese jetzt natürlich kaputt ist. Ab diesem Zeitpunkt wurde das Mitbringen von Gegenständen wie Wasserflaschen, Handys oder Kameras komplett verboten. Was auf den ersten Blick schade ist, ist auf den zweiten Blick aber eigentlich ein cooles Erreignis, da man sich mal eine Sehenswürdigkeit anschauen kann, ohne dass immer überall Fotos gemacht werden. Ansonsten gibt es in San Ignacio nicht wirklich viel zu tun. Die Leute kommen erstens wegen den Höhlen dorthin oder zweitens, wenn sie auf dem Weg sind nach Guatemala. Mein Weg führt aber nicht nach Guatemala, sondern zurück nach Plasencia an die Küste im Süden des Landes. Ich war in der Nebensaison da und es ist nicht allzu viel gelaufen. Ich kann mir aber vorstellen, dass in der Hauptsaison einiges los sein wird. Mir persönlich hat Plasencia zwar nicht allzu gut gefallen, obwohl ich muss sagen, sie haben sich wirklich Mühe gemacht, das Dorf schön zu gestalten. Sie haben zum Beispiel einen Weg über dem Sand durch das ganze Dorf gebaut, wo man links und rechts lokale Kunst betrachten kann oder sich in einem von unzähligen Restaurants verpflegen kann. Meiner Meinung nach ist Plasencia aber nicht für Backpacker gemacht, sondern eher für Familienurlaub. In Belize leben ca. 200 Jaguare. 80 davon leben im, das muss ich kurz sprücken, im Cox-Compassin Wildlife Resort. Dieses liegt zwischen Plasencia und Hopkins und kann mit einer Tour von einem der beiden Städten gebucht werden. Oder ihr erkundet es auf eigener Faust, was ich euch definitiv empfehle. Nachdem ihr dann das Ticket gekauft habt, geht es ca. 11 km rein in den Dschungel. Diese Strecke könnt ihr entweder per Hitchhiking zurücklegen oder per Taxi, was ca. 40 Belize Dollar kostet. Wir haben uns fürs Hitchhiking entschieden, weil uns 40 Belize Dollar für diese Fahrt ein bisschen viel waren. Da ich mit einer Kollegin unterwegs war, haben wir uns entschieden, dort zu übernachten, für insgesamt 20 Belize pro Person. Beachtet aber, dass wenn ihr alleine seid, euch dies das Doppelte kostet, also 40 Belize Dollar. Dieser Park heisst zwar Jaguar Preserve, allerdings sind die Chancen, dass man Jaguare zu Besicht bekommen, ziemlich klein. Jaguare sind nämlich sehr, sehr schüchtern und hauptsächlich nachtaktiv. Allerdings gibt es auch eine ganze Vielzahl anderer Tiere zu sehen. Affen, Schlangen, Spinnen, Schildkröten und wir hatten sogar das Glück, einen Taipier zu sehen. Das Nationaltier von Belize. Im Park gibt es unzählige Routen, welche man laufen kann. Ich empfehle euch den Tiger Fern Trail, welcher zu zwei wunderschönen Wasserfällen führt, wo man sich erfrischen kann. Und auf dem Weg dahin, kann man auf dem Viewpoint die wunderschöne Aussicht über den ganzen Dschungel geniessen. Falls ihr dort übernachtet, empfehle ich euch definitiv den Nightwalk. Die Chancen da, einen Jaguar zu sehen, sind ein bisschen höher. Natürlich immer noch ziemlich klein. Wir hatten aber eben das Glück, dass wir einen Taipier gesehen haben und auch einen Affen. Abgeschlossen habe ich meinen Trip in Hopkins. Ebenfalls ein kleines Fischerdurch mit entspannten Vibe, wo man kann mit dem gemieteten Fahrrad durch die Gegend cruisen. Hopkins hat mir persönlich ein bisschen besser gefallen als Plasencia. Deshalb ich euch auch empfehle, eher nach Hopkins zu reisen als nach Plasencia. Der Vibe ist irgendwie ein bisschen cooler, entspannter, der Strand ist ein bisschen schöner und es wirkt halt einfach authentischer. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was mich an Belize gestört hat. Seaweed. Überall. Die ganzen Strände, egal ob in Keycorker, Hopkins oder Plasencia, alles war überseht mit diesem Seegras. Die Einheimischen haben mir erzählt, dass es in jedem Jahr Seegras gibt. Allerdings in diesem Jahr war es extrem. Das Seegras ist sehr, sehr wichtig für die Natur, vor allem für das Meer und Tiere. Allerdings kann es einem den Urlaub schon ziemlich vermiesen, wenn man sich einen wunderschönen Strand vorstellt und man dann schließlich ankommt und nur lauter Seegras sieht. Natürlich kommt das Seegras auch nicht zu jeder Jahreszeit vor und natürlich auch nicht nur in Belize. Allerdings empfiehlt es sich, sich vorhin Gedanken zu machen und sich zu informieren, ob momentan gerade viel Seegras vor Ort ist oder nicht. Nebst dem Seaweed gibt es natürlich auch noch andere Sachen, die du vor deiner Anreise nach Belize unbedingt beachten sollst. 1. Versuche ein paar US-Dollar mitzunehmen. Mit diesen kannst du dann gerade von Anfang an alles bezahlen und das auch in einheimisches Geld wechseln. Außerdem werden die US-Dollar überall akzeptiert und der Kurs ist 1 Dollar zu 2 Belize-Dollar. 2. Schau, dass du deine Belize-Dollar entweder komplett aufbrauchst oder in Belize selber noch in US-Dollar umtauschst. Weil Belize-Dollar ist sehr, sehr schwierig umzutauschen im Ausland. Punkt Nummer 3. Ich empfehle dir immer mit Bargeld zu bezahlen. Wenn du mit Kreditkarte bezahlen möchtest, kann es sein, dass du bis zu 12% Kommission bezahlen musst. Beachte aber, dass das Geldabheben in Belize manchmal eine kleine Herausforderung sein kann. Ich empfehle dir also bei der Ankunft in Belize-City geradezu eine Bank zu gehen und dort Belize-Dollar abzuheben, da es in den kleineren Orten zum Teil an Banken mangelt oder es dann überhaupt nicht funktioniert. Punkt 4. Beachtet, dass ihr bei der Ausreise 40 Belize-Dollar zahlen müsst. So, kommen wir jetzt zum letzten Punkt und zwar, wie viel hat mich nun diese 12-tägige Backpacking-Tour durch Belize gekostet? Es waren genau 757,02 Euro. Viel Geld, wenn man bedenkt, dass ich nur 12 Tage unterwegs war. Allerdings kann man in Belize auch sehr, sehr viel günstiger reisen. Dies möchte ich mit der folgenden Kostenaufteilung zeigen. Ich habe insgesamt sagenhafte 426 Euro für Tauchen und Touren ausgegeben. 144 Euro habe ich fürs Essen ausgegeben, ca. 97 Euro für die Unterkünfte und 41 Euro für den Transport. Den Rest habe ich für sonstige Sachen gebraucht wie Wasser, Ausgang oder die Ausreisegebühr. Wenn du also planst, nach Belize zu gehen, plane genügend Geld ein. Vor allem, wenn du vorhast, zu tauchen, zu schnorcheln oder sonstige Ausflüge zu machen. Wenn du jetzt aber low-budget unterwegs bist und wirklich keinen einzigen Cent für irgendwelche Touren und Ausflüge ausgeben möchtest, dann muss ich dir leider sagen, dann bist du in Belize am falschen Ort. Denn gerade das Tauchen, schnorcheln und den Dschungel sind gerade Sachen, die Belize ausmachen. Und weshalb ich euch auch empfehle, unbedingt nach Belize zu kommen. Wenn ihr keinen Bock habt auf solche Sachen, dann geht es am besten in eines der Nachbarländer von Belize, wo ihr dasselbe auch machen könnt für weniger Geld. Ich habe Belize auf jeden Fall sehr, sehr genossen. Die freundlichen Menschen, der coole Vibe in Belize hat es mir definitiv angetan. Ob ich jemals wieder zurückgehen werde, weiß ich noch nicht, aber es ist definitiv eine Reise wert. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen kleinen Einblick geben und dich für Belize begeistern. Vergiss nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es dir gefallen hat und abonnier doch gleich meinen Channel für weitere solche Videos. Macht's gut. Ciao.